Was war die beste Wrestling-Show der Woche? Spotfight hat euch gefragt und ich möchte hier kurz mal über die Ergebnisse sprechen. Wir haben hier bei der Twitter-Abstimmung ein anderes Ergebnis als bei der YouTube-Abstimmung, was natürlich auch unterschiedliche Abstimmenden dann offensichtlich waren und auch eine andere Zielgruppe, würde ich fast vermuten. Und zwar haben wir hier bei der Twitter-Abstimmung ganz klar AEW vorne 47% gefolgt von NXT mit 34% und dann hier bei YouTube allerdings auf dem Spotfight Wrestling-News-Kanal Smackdown als Nummer 1-Show. Das ist ganz, ganz spannend. Ich möchte euch hier einfach mal einen kleinen Ausschnitt noch einspielen vom Spotfight-Podcast diese Woche, den es gab aus der AEW-Review, die ja für viele die Wrestling-Show der Woche zumindest auf Twitter war. Hört da gerne rein und wenn ihr den Spotfight-Podcast noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Da gibt es Reviews. Diese Woche gab es zu Raw, AEW, NXT, Smackdown und dann wird es auch noch am Wochenende beziehungsweise am Montag zu Helena Selvast geben. Krasser Content. Der Wrestling-Podcast mit Wrestling-Journalisten und Experten jetzt abchecken und ich lasse euch hier mit diesem Podcast-Sample. Es war eine gute Season-Premiere, eine gute allererste Sendung. Man hat gezeigt, hey, wir gehen hier ein anderes Tempo. Wir etablieren das Ganze als Veranstaltung, die sich wie Sportveranstaltungen anfühlt, die sich nicht gescriptet anfühlt, die sehr, sehr zugeschnitten ist auf die heutigen Sichtverhältnisse von Zuschauern, die einfach eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben als in der Vergangenheit. Man hing an keinem Segment zu lange dran. Es gab keine Segmente, die ich skippen würde. Also jetzt habe ich es natürlich live gesehen und konnte es nicht skippen. Aber ich finde, das ist eine Show, die kannst du einfach mit den zwei Stunden, wie sie waren, in einem Rutsch durchgucken. Das geht gut runter. Das ist eine runde Sache. Nicht zu kurz, definitiv nicht zu lang. Fühlt sich kürzer an, als es ist. Ist kurzweilig, ist schnell. Awesome. Also für mich ein großartiges Debüt, was auf eine gewisse Art und Weise die hohen Erwartungen, die ich hatte, wirklich nochmal übertroffen hat. Das sagt unser All-Elite-Wrestling-Experte TJ. Ich sage mal so, ich habe diese Show so ein bisschen im Nachhinein mir jetzt angeschaut und gegliedert. Wir hatten wirklich einen Highlight-Block zu Beginn mit dem Opening. Sammy Guevara, Cody Rhodes, die großartige Stimmung und das Enge mit Jericho und Rhodes. Danach kam so ein bisschen, finde ich, der Funktions-Block mit MJF, den man dem Publikum auf jeden Fall schon mal gezeigt hat, der sich durchsetzt gegen Cutler. Wir hatten den Tag-Team-Block, der auch dazu da war, um Gesichter zu etablieren. Puck gegen Adam Page fand ich gut, wenn auch nicht übermäßig spektakulär. Puck bekam da seinen nächsten Sieg. Und dann ging es bergauf. Womens Championship-Match, auch wenn da die erste Hälfte so ein bisschen meh war, wurde es danach wirklich gut. Und ab dann steigerte sich das Niveau der Show konstant. Die zweite Hälfte vom Womens Championship-Match war wirklich gut. Und der Main-Event hat dann alles mit dem allem, was drum stattfand, hat einfach abgeliefert. Da ist einfach viel passiert. Moxley Omega, Spot durch den Glastisch, das Debüt von Jake Hager, die große Heal-Fraktion um World Champion Chris Jericho, die dann Cody Dustin und die Bucks zerpflückt haben. Das war wirklich vollgeladen. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure Show der Woche ist. Abonniert gerne den Spotfight-Podcast. Und ich würde sagen, viel Spaß in der nächsten Wrestling-Woche, die hoffentlich etwas ruhiger, etwas zurückhaltender verlaufen wird. Ich denke, da können wir uns drauf einstellen. Ich bin gespannt. All right.